jup sehr komisch sehr sehr komisch aber so wie es aussieht sind sie noch nicht wieder gespawnt weil hier liegen überall noch leichen rum oder so ein bier das nein die sterben doch nicht mehr schon wieder außer puste auch ne ne immer noch außer puste finden wir da voll da und das ist zum konzern leer kloppen ja ja da wer kata fair ja ich muss die knüppel noch meine hand nehmen dann nur erst mal brauchen wir wieder jemand ja ich meine dann habe ich ihn da schon mal aber ich habe kein seil mehr ich habe ja noch eins und wir kriegen ja nur ein sklaven noch rein also okay ist nicht so wild schalange kaputt gemacht eine schasche lange eine schasche lange eine schasche lange schulange vorsicht schasche lange hinter dir hinter mir warte eine schlapper klang ne das war eine kobra eine kobra kobra kubana was nicht gehört die hd 500 ps klinge aller leichen hatte die schon bei ja und die liegen schon länger darum das ist ein weiter der musik der mächtigen paparanen einmal dringeln genau so und da kann man nicht rein ne in diese gebäude ist da da vorne stehen noch 3 da rechts meinste ja da rechts rum äh hinter dir lauf 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 das sind erst einmal zu viel ich habe keine ausdauer mehr ja dauern drei kriegen wir noch hin oder ja das sind kämpfer bei mir der ist tot auch tot auch tot auch tot den taufe ich nochmal eben ups falschen knopf die hier müssen wir auch noch looten hast du den jetzt weggetauft ja du hast den komplett weggetauft ich wollte ihn noch looten der arme junge das war dann ich schmeiß mal eben noch ein paar knochen weg hier damit es wieder leichter wird so habe ich ihn weggetauft ja du hast ihn weggetauft naja da vorne läuft noch ein Hase ja die waren wahrscheinlich alle hier Karnickelzüchter so viele Hasen wie hier rumlaufen da kommt einer da kommt drei Kämpfer Schmied und was bist du ein Rüstungsmacher den brauchen wir ups welchen brauchen wir der liegt der der liegt der Rest kann sterben erstmal hat der hinter dir der Hammer da ja kriegen wir nicht mehr rein so ok ok dann taufe ich die nochmal eben schnell ja und den den Hasi können wir noch auseinander nehmen den anderen habe ich jetzt auseinander getauft der lebt noch gell nicht taufen den hau ich nicht das ist ein Ungläubiger ein Ungläubiger ja jetzt müssen wir den nur irgendwie noch heimkriegen und dann hoffe ich dass alles passt hm Fleisch Mist habe ich ihn noch? ja ja dum 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 der kämpft nicht mehr ihr könnt die Kampfmusik ausmachen lalala 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 lal Blubb. Ja. Da bin ich mal gespannt, wenn ich jetzt reingucke, ob dann das Rad funktioniert oder... Guck mal, ob da da auch nur so ein Horn-Tier rumläuft. Und wenn Angel nicht wieder eins vor die Basis gelockt hat? Nicht. Warum Eker? Weil du es warst. Nein, ich bin unschuldig. Kann ich dafür, wenn die hier rumrennen? Ja, hast eine Mauer gebaut. Das war noch nicht die Ideallösung, aber schon mal ein bisschen besser. Ja, weil man hier immer noch reinkommt. Ja. Aber vielleicht sind die Nashörner ja so idiotisch und denken nicht dran. Ja, ich würde es hoffen. Ich hätte gedacht, dass man das irgendwie abschließend bauen kann, aber irgendwie... Du hast wahrscheinlich erste Tore setzen müssen und dann links rum. Hast du, okay. Hat nicht funktioniert, ne? Ne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passen da noch zwei rein? Da passen noch zwei Sklaven rein? Na toll. Ne denn. Ne denn. Ne. Packen wir nochmal. Ich bin wieder zurück. Ist dein Knüppel noch heile? Ja, der ist noch eine Minute vielleicht von weg. Gut. Äh, verbrennt sie jetzt die Knüppel? Ja, natürlich. Ne. Ne. Ich habe jetzt hier neue Schleimsuppe angestellt. So. Dann holen wir nochmal. Na, dann holen wir nochmal, ne? Jeder noch einen. Null. 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 Sklaven. Sklaven. Sch. Sch. Wir könnten eigentlich auch mal hier gleich links gucken, wa? Nicht erst durch die halbe Stadt laufen. Ach, ich bin schon wieder ausgepowert. Mhm. Gucken wir mal hier links. Gucken wir mal links. Mein Schwert ist halt auch Ballematsch. Reparieren ist nicht. Dreizack ist fast halb. Ich glaube dein Dreizack war aber nur Stahl. Meiner war hier Sternenmetall. Und das haben wir hier nicht. Okay. Guck mal da sind noch ein Bogenschütze und ein Fighter. Der hat auch so ein Dreizack. Ja was mach ich? Soll ich den Bogenschützen mal? Ich krieg hier irgendwo... Du hast ne Schlange. Ach ne Schlange. Ich dachte schon der Bogenschütze hat mich gesehen. Soll ich den Fighter erstmal ranholen? Schieß mal drauf aber kommt ja. Ich muss den aber erstmal anwählen. So. Dann muss ich den sieben. Halt. Nicht den Neuen. Naja knapp daneben. Ist auch vorbei. Ne etwas höher. Habe ich ihn? Nein. Weiß ich nicht. Also ich glaube die Schlange hast du getroffen. Ja. Da kommt nämlich gerade ne Schlange runter als hättest du die erwischt. Ich glaube irgendwelche Probleme hat der. Der hat ein Problem. Ach hast ne schöne Entsorgt. Ja. Und ich taufe dich im Namen der Barbara. Ja. Was ist das jetzt für ein Bogenschütze? Machen wir mal gucken. Schlecht. 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 Da kommt noch was. Geh erstmal ein bisschen aus Schussfeld. Was bist denn du? Ein Kämpfer. Hinter dir ist noch einer. Das ist ein Kämpfer. Was? Hat jeder was zum taufen. Meine Herren. Habe ich hier taufen. Lut, 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 lut. Da machen uns aber auch Ambrosien. Äh? Ja. Bitte. Wenn wir das Ding haben. Okay. Äh. So. Nächster Versuch. Wer kommt? Ja. Brunilfein. So. Was haben wir für einen? Und zwei. Mhm. Und, was heißt's? Nehmen wir? Erst mal. Zum auf die Mauer stellen reicht's. Zum auf die Mauer stellen. Ich lasse ihn erstmal kurz hier liegen, weil da hinten steht noch was. Wir brauchen ja noch einen Sklaven. Sie sind erst dahin. Sie unterhalten sich da gerade. Darf ich mal stören? Hallo. 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 Flitzbieben. Oh. Oh, ich hab nichts gesagt. Ein Flitz. Ein Flitzbergen noch. Ein Flitzerman. Oh, Flitzerman. Ähm. Oh, ich muss weg. Weiter. So. Weißt zwar jetzt nicht, was ich alles umgebracht hab, aber... Keine Ahnung. Ich hab da... Das war mir zu viele. Kämpfer? Kann ich ja... Kämpferin? Die sind alle tot. Der ist auch tot. Der hier könnte noch leben. Der nicht. Der ist halb. Ne. Der ist auch Kadavir. Oh. Sind alle tot, weil er... Okay. Ups. Daneben. Lebt nichts mehr. Gut. Müssen wir uns was Neues suchen. Ja, ich bräuchte kurz ein bisschen Leben. Ja, ich hab noch halb. Der hatte gerade so ein bisschen blöde hier mit den beiden Schlenglis. Schlengließe Probleme. Mhm. Hier steht ein Bogenschütze hier oben. Wo? Ach, da oben. Der hat seinen Kopf verloren. Ach, Mann. Der arme Junge. Ich komm mal her. Ich... Armer Junge. Komm mal her. Ich mach mal. Siehst, äh... Alles wieder gut. Ja. Im nächsten Leben. Im nächsten Himmel. Ich hab nur deine Seele geklaut. Boah. Du Dieb, du. Ja. Da sind wir noch einige. Guck mal, der einer hat so ein riesen Hämmerchen. Was hat der? So ein riesen Hämmerchen. Der da links, da beim Baum. Ja, der jetzt links kommt. Soll ich mal anschießen? Ja, scheiß... Äh, schieß den mal an. Ich scheiß den jetzt einfach mal an. Dann wird das jetzt nur ein Fighter mit Hämmerchen, oder? Äh. Der kommt. Oder ist es irgendwas Besonderes? Kämpfer 1. Guck mal, wo der den Pfeil hat. Voll im Auge. Bei mir sah so aus, als hättest du den in seinen Hammer geschossen. Nee, ich hab ihn voll ins Auge geschossen. Kommt bitte einer? Der kommt dann aus dem Auge raus. Äh, war das hier? Äh, was war's da? Und du kalt dein Herz raus. Die will mein Herz rausschneiden. Ja, der traut sich was. Die. Ach nee, die. Du böse, böse... Du kriegst mein Herz nicht, du. Blöde Kuh. Das brauche ich noch. So. So, was haben wir da noch? Schlänge. Schlänge, ein Sitzender. Das könnte ein Koch oder irgendwas sein. Eventuell. Das den hier. Warte, die kommen, gell? Ups. Ich muss hier wieder runter. Ey, hau ab hier. Was bist du? Ein Koch. Natürlich. Den Koch hätt ich gern. Komm mal mit, Koch. Ja. Der Koch lebt noch. Das ist der mit dem Hammer da, oder was? Hier. Okay, dann kann ich den ja hier... Jep. ...verkasse mal tucken, sowohl. So, jetzt brauchen wir noch einen zweiten dazu. Ähm... Und die Schlänge, die da entsorgen, oder? Die hat irgendwelche Probleme mit dem Feuer. Was haben wir denn im Feuer? Nichts. Was ist denn das da? Da steht da noch. Irgendein Bogenschütze, glaube ich. Hallo. Tütest du den Koch ein? Ja, guck mal, da hinten, da tanzen die. Tänzer? Tänzer, ja. Drei... Drei Tänzer. Oh. Die brauchen wir. Gut. Hm. Brauchen wir einen Koch? Hm. Äh... Erstmal nicht. Warte mal, ich... Ich... ...gebe ihn den Rest. Segnest du ihn tot? Ja, da ist er. So. Gut. So, okay, ich hab ihn. Ich hau mal eben dieses ganze... ...elfe Fleisch weg. Hm. Und, äh, verdorbenes Fleisch. Dann hab ich schon... ...15, 16, 17 von diesen Teilen. Der Koch lebt halt hier auch noch. Wie bist du da runter gekommen? Ich bin auch hier oben. Hä? Ach da. Ich wollte noch den Koch hier... ...weil den nehmen wir jetzt nicht mit, haben wir gesagt. Der lebt ja noch. Ach so. Okay. Wir wollen ja erstmal einen Tänzer. Alter, wie viel Schläge braucht der denn? Ich weiß auch nicht, ob ich ihn nicht treff. Hm. Ach, scheiß drauf. Ach, dann lassen wir ihn. Guck mal, hier stehen noch ein paar Beine. Nee, die stehen nicht. Bei mir stehen die Beine. Hatte ich denn schon? Ja. Ja. Bist du jetzt gerade runtergelaufen, oder ist das ein Kämpfer da? Ja, hier, hier, hier. Bei der Schlange? Ja. Nee, hier. Und, wo, wo? Ja. Ich geh grad runter. Ach, Mist. Das ist ein Kämpfer. Das ist ein Kämpfer. Aber Tänzer stimmt schon, die wären echt praktisch. Ja, aber den nehm ich trotzdem. Oh, komm. Der hat ne Armpost. Wenn's noch zur Hälfte ist. Mal die Schlange noch entsorgen, bevor sie uns hinrücken. Ja. Ja. Ups. Was ist ihr denn? Wildfleisch. Ich hab einmal zu viel gehauen. Ach so. So. So, die anderen aber erstmal entsorgen, ne? Ja. Da rechts ist noch eine Schlange. Die machen wir jetzt platt. Ja. Das sind drei Tänzer und da sitzen etliche aus dem Rumpf. Das wird schwer. Soll ich mal einen anschießen? Kommt mal gucken. Wenn sie alle kommen, laufen wir halt weg. Killen ein Teil und dann laufen wir wieder her. Oder so. Hier vorne vorm Tor steht wieder er. Lauf, 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 lauf. Ja, können wir grad nix machen. Den Tänzer 1. Egal erstmal. Der Tänzer. Der Typ mit der R hier. Der macht mich eher fertig hier als ich ihn. Ja, und das müssten zwei Tänzerinnen sein. Das ist auch eine Tänzerin. Was ist das für Kadaver? Kann ich mitnehmen. So. Und du bist... Tänzer. Die Frau ist Tänzerin, ne? Ja. Zwei Tänzer. Ach, gut. Vorm Tor stehen jetzt noch welche, Angel. Ja, die haben mich grad getötet. Okay. Na dann. Weißt du Bescheid, Valad? Was denn? Vorm Tor stehen noch welche. Also hier jetzt. Sind die schon wieder gespawnt? Wahrscheinlich. Müssen wir überhaupt durch? Naja. Müssen wir wieder heim. Ja. Mal trinken hier viel. Ah, hier ist er. Bogenschütze. So. Das war's. Warte mal. Hände verloren. Ach, ja. Und der hat dich getötet? Na jo. Das waren Bogenschütze und ein Kämpfer, also... Okay. Also der Kämpfer ist tot und der Bogenschütze jetzt auch. Katarver hier. Ja. Gut. Das andere ist Angel nicht wegsegnen, gell? Nein, nein, mach ich nicht. Ich bin ledig von dir. Drängler. Drängler. Uu. Uu. Umschmeiß rin. Und rinn mit dem Ding. Drinn ist er. dann kann ich das ja gleich da lassen das gebanse und den den klöbel das wird bereits verwendet jetzt kannst du ja jetzt muss ich das auch noch lernen das Gebäude bauen Zeugs ja Angel kann doch das Zeug uns herstellen beziehungsweise ich kann es ja auch herstellen und dann ich habe ja noch so viele Punkte ja dann lern es aber das ist ein ganz anderes Dings Menü wieder wie ein anderes Menü ne ist auch bei Feeds ist ein anderer Dings ja das ist so durch auch keine Ahnung ich habe noch 225 verfügbar du nur wieder du musst es ja wieder übertreiben Steinmetzlehrling brauche ich dafür ne freischalten hier sind noch ein paar Menschenteile die mag ich auch nicht habe ich denn kein Holz ne ich habe kein Holz ach ich habe Kohle Kohle tut es auch Tuten so Steinmetzlehrling Stein Futter für die Sklaven na jetzt ist es voll drei Bogenschützen ein Zuchtmeister was bist du ein Alchemist ein Rüstungsmacher Stufe 3 das ist schon mal geil und zwei Tänzer der Stufe 1 naja so das kann noch weg gut dann räumen wir uns noch aus und dann verabscheuen wir uns bis zur nächsten Folge bis zur nächsten Unruhe tschüss und baba und baba tschau tschüss